Die siebte Schwadrohung Episode 6 Teil 1 Jede einzige Minute auf dem Weg nach Masa zog sich wie eine Ewigkeit hin. Die Freelancer bahnte sich hinweg durch die gezackten und unförmigen Felsen, Berge und Täler. Doch das tiefste Schwarz der Nacht schwand langsam und der beige Farbton der Gebirge trat erstmals wieder zum Vorschein. Der Mond drehte sich langsam auf seiner Umlaufbahn um den riesigen Gasgiganten Muna, der das Licht von der Sonne reflektierte und auf den Mond warf. Muna war so riesig, dass selbst der kleine Pol, der sich langsam am Horizont empor schob, sich fast am gesamten Horizont ausbreitete. Doch schluckte der Gasgigant einen Großteil des Sonnenlichts und so wirkte selbst der Tag, der nun langsam anbrach, wie der eines bewölkten, auf terranischen Planeten. Immer etwas gedämpft, wie ein dunkler Filter, der sich über alles legte. Doch Hien blickte nach draußen. Er sah in einem kleinen, abgetrennten Teil des Frachtraumes und verschwendete die Ressourcen seines Geistes nicht an visuelle Reize. Stattdessen dachte er nach. Und desto mehr er versuchte, alle Puzzleteile zusammenzufügen, schienen die Zahnräder in seinem Kopf anzufangen, gegeneinander zu laufen. Bova und der Widerstand taten alles, damit die OEE versagt, aber mussten sie noch ein Ass im Ärmel haben, um mit den Wools fertig zu werden. Oder waren es wirklich nur durchgeknallte Irre, die nicht wahrhaben wollten, dass die Kolonie in den Händen der Vanduls fallen würde? Doch das würde nicht zu Bova passen. Hien versuchte sich auszumalen, wie er in das Gebilde hineinpasste. Er wusste nicht viel über die Phantome. Sie waren förmlich die rechte Hand des Imperators, die Besten der Besten. Spione, Agenten, Auftragskiller, Saboteure. Alle ihre Aufträge liefen unter absoluter Geheimhaltung. Und kein gewöhnlicher Marine wusste, was sie überhaupt taten, wie sie ausgebildet wurden oder wo sie ihren Stützpunkt hatten. Diese vielen offenen Fragen stürten eine Menge obskurer Theorien in den Reihen der regulären Streitkräfte. Viele glaubten sie seien Cyborgs, andere glaubten sie seien eine geheime Alienrasse und trugen deshalb immer ihre Vollmasken. Einige behaupten sogar, sie seien Menschen, denen ein Bandul-Gehirn implantiert wurde. Doch eines wusste Hien ganz sicher. Ein Phantom wie Bova würde keine Fehler machen. Er hatte einen Plan und jetzt war es Hien's Aufgabe herauszufinden, wie dieser aussah und wie er die restliche 4. Ormeidivision sabotieren wollte. Doch was, wenn Alec recht hatte, wenn Bova nur Befehle ausführte? Aber welchen Sinn würde es ergeben, dass der Imperator seine eigenen Truppen aufeinander loslässt? Völlig in seine Gedanken vertieft, bemerkte er nicht, wie Wifi das kleine Abteil betrat und neben ihm Platz nahm. Als wenn sie seine Gedanken gelesen hätte, fragte sie mit gesenkter Stimme, »Hey, wir halten ihn auf, Bova.« Hien blickte zu ihr rüber, tief in ihre großen Augen. Nach einigen Sekunden des Schweigens fragte er, »Wie kannst du dir da so sicher sein?« »Wir haben es nicht geschafft, die siebte zu retten. Wir haben Roh verloren. Wir haben keine Ahnung, was Bova vorhat.« »Es sieht übel aus. Wir brauchen keine falschen Hoffnungen.« Wifi legte vorsichtig ihre Hand auf Hien's Arm, lächelte ihn an und ein seltsames Gefühl machte sich in ihm breit. Immer noch schaute er ihr tief in die Augen, als sie leise antwortete, »Wegen dir. Du tust alles, was du kannst und noch mehr.« »Und doch reicht es nicht aus. Das liegt nicht in deinem Ermessen. Du bist hier und tust alles, was du kannst. Auf alles andere hast du keinen Einfluss.« Ian blickte sie an, doch traute er sich nicht, seine Hand auf ihre zu legen und flüsterte, »Ich wünschte, den hätte ich.« Wifi fuhr in seinem Arm entlang, griff seine Hand und drückte sie sanft. Sie schenkte ihm einen aufbauenden Blick und fragte, »Was ist neuerdings los mit dir?« Ian zog seinen Arm weg. »Nichts« und sprang auf, um das Abteil zu verlassen. Doch rief Wifi hinterher, »Richter, rede mit mir. Wir können keine Ablenkung gebrauchen.« »Geht es nur darum, ob das Frontschwein voll funktionstüchtig ist?« Wifi warf ihm einen bösen Blick zu und erwiderte mit einer enttäuschten Stimme, »Nein, wieso bist du nur immer so?« Ian drehte er den Rücken zu und wusste nicht, wie er diese Frage beantworten sollte. Nach einigen stillschweigenden Momenten erklärte Wifi weiter, »Wir kennen uns schon, wie lange?« »Vier Jahre? Ich sehe so vieles in dir. Den Marine, der immer alles für seine Kameraden gibt, einen Freund, auf den man sich verlassen kann, einen Menschen der Himmel und Hölle in Bewegung setzt, wenn nahestehende Menschen Hilfe brauchen, aber sobald dir jemand zu nahe kommt.« Ian winkte ab, auch wenn ein Teil in ihm das sofort danach wieder bereute. »Wir sind fast da. Wir müssen uns bereithalten.« Er verließ das Abteil, ohne sich umzudrehen und konnte gerade noch einen Seufzer vom Wifi hören. Auch wenn ein Teil in ihm schrie, sich sofort wieder umzudrehen und zurück zur Wifi zu gehen, musste er keinerlei Mühen aufbringen, diesen Teil zu unterdrücken. Es war ihm schon immer leicht gefallen, mit sich selbst und seinen Emotionen allein zu sein und die Jahre, die er sich selbst dieses Verhalten antrainiert hatte, überlagerten seine Emotionen. Ian hatte fast das Cockpit erreicht und konnte bereits Alex hören, wie sich dieser sich mit Mike unterhielt, der immer noch alle Mühen aufbrachte, die Freelancer durch die Täler zu steuern, die nun langsam aufklarten und üppig wurden. Anstatt kleinen, verwingelten Gebirgsformationen wurden die Gebirge nun größer und offener. Alec, unbefangene Eh und Jehe, trotz des kürzlichen Verlusts von Ruhe, erklärte Lordeis, »Also, wenn du bei den Piraten für Abschreckung sorgen willst, dann besorgt dir Klasse 6 Reaper Geschütze.« »Klasse 6? Mein Baby hat nur Klasse 4 Aufnahmen. Dann baust halt wenig um. Ein bisschen Brennen, ein bisschen Schleifen. Schnell gemacht!« Ian stellte sich hinter den Co-Pilotensitz, in dem Alec Platz genommen hatte, und mischte sich ein. »Seit wann hast du Ahnung von Schiffen, Alec?« »Dachte, du wärst nach der 6. Klasse abgegangen.« Alec lachte. »Haha, hey Boss, das war alleine meine Entscheidung. Ich war überqualifiziert.« »Ach ja, dann buchstabiere mal überqualifiziert.« Erneut lachte er auf und erwiderte, »Haha, okay, pass auf.« »A, L, A, C.« Ian klopfte ihm auf die Schulter und wandte sich Mike zu. »Wie sieht's aus?« »Wir sind fast da. Nur noch wenige Klicks.« »Die Langstreckenkommunikation und Scanner werden blockiert.« »Aber auf den Kurzstrecken-Scannern habe ich bereits kleinere und größere Signaturen.« »Da muss eine Menge los sein in Maser.« Ian hatte die bedrückte Tonlage in seinem letzten Satz rausgehört und hakte nach. »Und?« Mike erläuterte. »Ich bin in Maser aufgewachsen, hab Familie und Freunde dort.« Wifi betrat nun das Cockpit und versuchte Mike zu ermutigen. »Ihm geht's sicherlich gut.« Sie sah Ian für einen Moment an und er erkannte ihre enttäuschten Augen. Er hatte sie abgewiesen, sitzen gelassen. Obwohl er das eigentlich nicht gewollt hatte. Er wusste, dass sie sich nur um ihn gesorgt hatte. Ihm hatte helfen wollen und er hatte sie hängen gelassen. Sie blickte weg und Ian hasste sich dafür. Eine Stimme in ihm rief sie, hätte gern alles mit ihr geteilt, doch konnte diese nicht nach außen dringen. Mike antwortete mit einem dezenten Lächeln. »Ich hoffe es.« »Bereit machen, wir erreichen das Plateau, auf dem Maser liegt.« Die Freelancer schlug einige Haken zwischen einigen Steinsäulen hindurch und stieg steil nach oben, über einen Felsvorsprung und erreichte das Plateau. Maser City war einige Kilometer entfernt, doch stockte allen bei diesem Anblick der Atem. Die gesamte Stadt lag unter einer dicken Rauch- und Nebelschwadendecke, die von den schweren Kämpfen zeugte. Schwarze Rauchschwaden stiegen auf, zwischen den hohen Metallkonstruktionen und Gebäuden. An anderen Tagen wäre die Stadt wie ein metallisch glänzendes Juwel aus dem beigen Ödland ringsherum herausgestochen. Doch heute, heute wusste Ian endlich, was der Nebel des Krieges bedeutete. »Ach du Scheiße!« entfuhr es Mike schockiert und Alec pflichtete dem Ball. »Das wird kein Spaziergang, verdammt, zieh dir das an!« Ian konnte Dutzende von Leutschburg-Schossen ausmachen, die durch die Luft sausten, Explosionen und einige Brandherde. Es war klar, was los war. »Die Wools haben den Hauptangriff gestartet!« Mit fassungsloser Stimme erläuterte Mike, »wenn sie Maser City einnehmen, dann war's das. Hier steht der Atmosphären-Generator. Wenn sie den in die Finger bekommen, dann wird der ganze Mond zu ihrer Geisel.« Alec spottete. »Na klar, was sollen wir noch alles machen?« »Und jetzt?« Ian zögerte nicht lange. »Rambock, wir gehen rein!« »Bist du irre?« »Wir haben keinen Kontakt zur Vierten.« »Die werden uns vom Himmel holen, genau wie die Wools!« Wie viel mischte sich ein und wurde lauter. »Er hat recht! Willst du, lieber Herr, warten, bis alles vorbei ist?« Wie viel hat er den Satz noch nicht ausgesprochen? Da beschleunigte er die Freelancer und raste in Richtung Maser, während Mike zornig kommentierte. »Das ist mein Zuhause, verdammt!« »Haltet euch fest! Wir können mit Turbulenzen rechnen!« Ein lautes Piepen durchdrang das Cockpit als Zeugnis, dass sie erfasst wurden und Ian brüllte »Versalgen!« Augenblicklich scherte die Freelancer seitwärts aus, während rote Geschosse auf sie zurasen und in der Luft explodierten. Das Schiff wurde durchgeschüttelt, doch verfehlte die erste Selbe. Sofort blitzten erneut Mündungsfeuer in Maser auf und leiteten erneut einen Schuss ein. Mike brachte die Freelancer an ihre Grenzen und Ian dachte, »Das Schiff würde bei diesen Flugmanüvern auseinandergerissen werden.« Ein heftiger Ruck durchdrang den Frachter und Alec schrie gegen das laute Donnern auf. »Irgendwoher kennen wir das doch!« »Ich will nicht doch mal abgeschossen werden!« »Was gibt es Erbärmlicheres als ein Marine, der zweimal an einem Tag in der Luft abgeschossen wird?« Zeitgleich antworteten Bifi und Ian, »ALEC!« Dieser brüllte, »Ihr macht roh alle Ehre!« Ian wurde plötzlich wild umhergeschleudert. Als Mike nun hart in die andere Richtung abdrehte und weitere Geschosse an ihnen vorbeischossen und hinter ihnen explodierten. Fast fünf Minuten raste die Freelancer unter Dauerbeschuss auf die Stadt zu, während diese wild Haken schlug, um dem Feuer auszuweichen. Doch erreichten sie Maser. Mike steuerte die Freelancer weiter mit wilden Manövern über die Stadt hinweg, als plötzlich ein stotternder, abgehackter Funkspruch das Cockpit über die Lautsprecher erreichte. Wie viel rief? »Das ist die vierte!« ALEC! »ALEC!« »Ja, und als Begrüßungsgeschenk jagen die uns das Schiff unterm Arsch weg!« Mike sögerte nicht lange und betätigte das Kommen, ehe er hineinbrüllte. »Ihr ein Frachter der Mugasa-Logistik! Haben Marines der siebten Schwadron an Bord!« »Nicht feiern!« »Wiederhole!« »Nicht feiern!« Mike drehte sich zur Hirne und schüttelte mit dem Kopf. »Keine Ahnung, ob die uns verstehen!« Als eine der Konsolen unter einem lauten Piepen anfing zu leuchten, brüllte ALEC. »Offensichtlich nicht!« »Hierin betätigte er das Kommen in seinem Helm« und brüllte hinein. »Hier ist Corporal Richter der siebten Schwadron!« »Nicht feiern!« »Nicht feiern!« Als ein hektischer Stimme aufgeregt hat »Fahdang!« »Die Jungsabwehrrakete werden die Abbrüche passen!« »Hierin brüllte.« »Raketemannzug!« »Ausweichen!« Mike riss am Steuerknöppel und »Hierin wurde gegen die Wand gedrückt.« »Das Piepen wurde immer schneller, während die Freelancer in einer steilen Kurve nach unten abtauchte. Jede Sekunde wurde das Piepen schneller und Mike brüllte. »Oh, komm schon!« Doch plötzlich schepperte es und ein Schlag wie der eines Hammers traf die Freelancer, ehe noch mehr Piep- und Pfeiftöne durch das Cockpit schalten und Mike erkannte »Sind getroffen!« »Es hat ein Hauptantrieb erwischt!« Lauter als Brüte erinnert. »Nein! Nicht schon wieder!« Während Mike hektisch auf den Konsolen herumtippte. Das Gamma-Squad hatte alle Mühe, sich irgendwo festzukrallen, um nicht durch das gesamte Schiff geschleudert zu werden. Als die Freelancer unter weiteren Erschütterungen Richtung Boden raste. Mike schrie »Okay, wir landen mit den Steuerdüsen!« Ian warf ein. »Landen? Wir stürzen ab!« Doch Mike ließ sich nicht aus der Fassung bringen, lenkte alle Energie auf die Steuerdüsen und steuerte das Schiff unbeirrt Richtung Herdoberfläche, direkt auf eine breite Straße zwischen den Häuserschluchten, die immer näher kam. Ian hielt die Luft an und für einen Moment blickte er zur Wifel hinüber, die sich ebenfalls festkeilte. Doch selbst jetzt war er nicht imstande, ihr zu sagen, wie gern er sie doch eigentlich hatte. Mike brüllte. »Festhalten!« Als Ian wieder ein Blick zum Frontfenster wandte, war die Straße bereits direkt unter dem Schiff. Und kurz darauf schlug die Freelancer auf. Ehe diese einige Dutzend Meter unter einem laut und dumm an die Straße entspringen, alles wurde durchgeschüttelt, und Ian konnte sich gerade noch auf dem Bein halten. Funken sprühten durch das Cockpit, und die Lichter der Konsole fielen aus. Als die Freelancer in einer dicken Kerbe im Asphalt stecken lieb, ging ein leichter Ruck durch das Schiff, das nun zum Stehen kam. Ein tiefes Durchatmen füllte das Cockpit. Mike, Wifi, Ian, Alec. Sie alle blickten sich mit einem erleichterten Gesichtsausdruck an. Ehe Alec trocken kommentierte, »Landen?« »Ja, das war ein Absturz.« Mike lachte. »Na ja, irgendwas dazwischen.« Doch Ian fand nach kurzem Durchatmen wieder nur einen Gedanken. »Okay, los jetzt. Wir haben keine Zeit zu verlieren.« Ehe er sich zügig zur Ladeluke aufmachte. Kurz darauf folgte Gamma, einschließlich Mike, der sich etwas widerwillig von seinem demolierten Frachter zurückzog. Ian schielte um die Ecke der Frachtluke mit dem Gewehr im Anschlag und sicherte die nähere Umgebung. Als plötzlich ein Fahrzeug um eine Häuserke bog und direkt auf sie zusteuerte. Ein Buggy in beiger Tarnfarbe. Doch er erkannte dieses Fahrzeug, das zu den UE-Rangern gehörte. Ian blickte über seine Schulter, sah alle hinter sich versammelt und rief, »Sicher, die vierte stößt zu uns.« Ian sprang heraus, durchwanderte dennoch die Umgebung mit der Mündung seines Sturmgewehrs und als die anderen drei die Freelancer verlassen hatten, hatte der Buggy sie bereits erreicht. Drei Soldaten sprangen herunter und Hians Augen weiteten sich für einen Moment bei ihrem Anblick. Sie waren völlig zerschunden. Die Kampfrüstung in die Gesichter. Er wollte sich nicht vorstellen, was sie die letzten Stunden durchgemacht hatten. Einer von ihnen ging strammend Schrittes auf Ian zu und beklagte lauteils, »Ihr gehört zur Siebten? Ihr solltet die Operationszentrale des Gegners ausschalten. Was zum Teufel macht ihr hier?« Das Hutt in Hians Helm identifizierte den Soldaten als »Firstleutnant Malaya« und so antwortete er, »Wir wurden sabotiert. Wir sind alles, was übrig ist, Sir.« Ian konnte in den Augen des Leutnants sehen, wie sämtliche Hoffnung aus diesem Weg. Fortsetzung folgt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017